Wir beginnen diesen Wortgottesdienst mit dem Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns, die Welt, die Tiere und die ganze Schöpfung erschaffen hat, er ist mit euch. Schön, dass wir wieder miteinander Gottesdienst feiern. Ich bin jetzt ein bisschen leise verzweifelt. Das, was ich zur Einleitung sagen wollte, hat jetzt der Hans schon genau gesagt. Beim Auffahren mit der Gondel, da frag ich mich, ich tue mir die Leute aus. Und dann habe ich gesagt, heute ist sicher Hansi wieder. Auch wenn es in der Früh noch kränkert ist, wird es sicher schön. Und es scheint nicht, dass wir die Sonne bei uns nicht. Und jetzt auch beim Hansi nicht. Es gehört beides dazu. Und schön einfach, dass wir beides mit hineinnehmen können jetzt. In diese feierliche Stunde, wo wir einfach nur Zulosen brauchen. Und wo wir auch Gott besonders nahe sind. Und deswegen heißt er das Engungslied. Auf, 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 in Gottes Namen. Auf, 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 in Gottes Namen. Auf, auf, in Gottes Namen. Amen. für unser Pflicht, für jedes. Gott hat, Herr, was geschehen, Christos. Was wir will, danke dir, Christos. Gott, unser Vater, alles, was wir haben, kommt von dir. Vielen Dank. Vielen Dank.